Der tiefste Pool der Welt, die haben gefühlt eine halbe Stadt unter Wasser gesetzt. Kicker spielen? Kein Problem. Auto parken? Passt auch. 56 Kameras passen dort unten auf deine Sicherheit auf. Und mit 60 Metern tief ist dieser Pool in Dubai so tief, dass man nach einem Tauchgang aus gesundheitlichen Gründen für 18 bis 24 Stunden nicht mehr auf den Burj Khalifa darf. Weil durch die Tiefe beim Tauchen hat sich Stickstoff im Blut angesammelt, was durch die Höhe des Burj Khalifas aus dem Blut wieder freigesetzt wird. Auch Dekompressionskrankheit genannt. Es ist nicht ohne Grund.